Guck mal, du wirst da auch so viel mit Insidien nicht reinstehen, aber du wirst da auch damit vorsichtig sein, das war schon ins Tabak. Aber man muss schon aufpassen, was man von so Speis gibt, oder? Ja. Warum? Das ist aber auch schon richtig cool. Das ist jetzt erstmal ganz München hinter. Oh, jetzt mach ich das jetzt. Oh, jetzt mach ich das jetzt. Guck mal. Jetzt zeig ich nochmal kurz den, was heftig ist. Jetzt kann ich nochmal die Urbine filmen. Ja, das kann nicht sein, wissen wir doch, das ist doch München. Starnberger See vielleicht, oder Tegernsee, oder? Sie müssen mal rausgucken, Tegernsee München. Wunderschön. Ja. Das ist wunderschön.